Dein Fanherz geht bei der Partie auf, haben wir gerade schon gehört. Mein Herz geht nur auf, wenn ich Xabi Alonso sehe, weil er einfach so sexy ist. Ja, also bisher konnte Xabi Alonso, glaube ich, alle noch blenden mit seiner Schönheit an der Seite des Platzes. Jetzt muss er, glaube ich, mal liefern. Mein Fanherz geht sonst leider bei dieser Partie nicht auf. Das Einzige, was mich an Wolfsburg interessiert, ist der Instagram-Kanal von Max Kruse. Vollkommen verständlich. Aber wen ist vollkommen verständlich. Wen siehst du denn in der Partie vorne? Boah, ehrlich gesagt ist das für mich so ein ganz klassisches Null-Null-Null. Es ist der Egalico. D Lagos Und dann war's für mich so ein ganz dünnungser Zeichnack. Untertitelung des ZDF, 2020